Moin aus Hamburg, hier ist der Jan. Vorab kann ich dir sagen, dass ich mich schon auf Freitag freue. Denn am Freitag habe ich Daniela bei mir im Podcast quasi doppelt zu Gast. Ja, doppelt. Einmal hier im Audio-Podcast und dann noch als Video-Podcast bei YouTube. Also, wenn du mich mal sehen möchtest, schau mal bei YouTube vorbei. Und dieser Podcast, der hat mich tatsächlich auch zu etwas gezwungen. Naja, eigentlich hat mich Pete zu etwas gezwungen. Also, Pete ist der Chef und Inhaber von Ice Cream Film Production. Der will nämlich einen Intro- und Outro-Song jetzt langsam aber sicher von mir haben. Ich habe mir jetzt echt seit Anfang des Jahres wirklich schwer damit getan, eine Musik für mich zu finden. Also habe ich mich jetzt mal sehr intensiv mit Musik beschäftigt. Und am Freitag ist es dann soweit. Naja, manchmal ist so etwas Aufgezwungenes ja auch mal ganz gut für einen. Allerdings möchte ich heute nicht von aufgezwungenen Dingen für uns sprechen, sondern für die Dinge, für die wir verhaftet werden, für andere. Und glaub mir, das passiert öfters, als uns allen lieb sein kann. Und manchmal ziehen wir Menschen an unsere Stelle, die das gar nicht wollen, oder an unsere Seite, die das gar nicht wollen, die aber genauso wenig wie wir sich abgrenzen. Ich erlebe es immer wieder in meinen Coachings und am eigenen Leib, dass Menschen sich gefangen fühlen. Gefangen in ihrem Leben. Einem Leben, das sie so nicht leben wollen. Die Konsequenzen so eines Lebens sind Stress, Zeitmangel, Lieblosigkeit und auch eine innere Leere. Oft leben wir so, weil wir von einer tiefsitzenden Angst geprägt sind. Angst, aus einem sozialen System ausgeschlossen zu werden. Und diese Angst ist in der heutigen Zeit nicht zu unterschätzen. Denn sie ist genetisch in uns verankert, neben zwei weiteren Ängsten, also die Angst vor Höhe und vor Lautstärke. Früher, in der Zeit unseres Höhlendaseins, kam ein Ausschluss aus der Gemeinschaft einem Todesurteil gleich. Das bedeutet für diese Art der Angst, dass sie eine Todesangst ist. Damit spielen leider immer mehr die sozialen Plattformen. Nicht genug Likes werden oft von uns mit dem Ausschluss unterbewusst gleichgesetzt. Aber auch eine Bitte abschlagen, kommt dem mal gleich. Und diese Angst wird sehr früh in uns geschürt. Oft schon in den Kindheitstagen. Und die Tage unserer Kindheit sind wichtiger für unsere Entwicklung, als viele Menschen denken. Denn in dieser Zeit bilden wir unsere Überlebensstrategie heraus, nach der wir dann oft unser restliches Leben führen. Als mir das mal klar wurde, was das für mich bedeutet, war ich echt erschrocken. Ich lebe mein Leben jetzt schon seit 44 Jahren auf Grundlage einer kindlich kreierten Strategie. Die schließt leider meine Erfahrungen nach der Erstellung der Strategie fast komplett aus. Na klar lernen wir dazu, aber in der Essenz ist die Grundlage unseres Handelns und Denkens eben in dieser Strategie zu sehen. Und ganz häufig beinhaltet diese Überlebensregel für uns so den Drang, dass wir uns noch mehr anstrengen, noch besser, größer, braver, leiser, lauter, stärker oder auch unscheinbarer werden müssen. Da stellt sich die Frage, ob unsere Leistungsgesellschaft eigentlich etwas zur Menschwerdung und Menschlichkeit dazu tut. Denn allein schon die Flut an Selbsthilfebüchern und Coaching-Angeboten oder auch dieser Podcast, die uns immer wieder erinnern, dass ein leeres Leben nicht lebenswert ist, ist schon ein sehr deutliches Zeichen. Wenn wir ein Leben für andere leben, ist das ganz schön anstrengend. Das heißt jetzt nicht, dass wir alle negative Egoisten durch diese Welt laufen sollten. Ich will damit sagen, dass wir alle nur dieses Leben gerade haben. Und das sollte doch so glücklich und erfolgreich wie möglich für jeden von uns sein, oder? Ich stelle häufig die polarisierende Frage. Die Frage lautet, worauf bist du bereit zu verzichten, um deine Ziele zu erreichen? Und letzten Sonntag hat mir eine Unternehmerin geantwortet, warum soll ich verzichten? Ich kann doch alles leben, was ich will. Und das ist eine tolle Antwort. Ich bin ja auch ein Freund davon, ein Und zwischen zwei Möglichkeiten zu setzen, anstatt ein Entweder-Oder. Aber ich wette, diese Dame hat auf eine Menge verzichtet in ihrem Leben. Sie hat auf Menschen verzichtet, die ihr nicht gut tun. Darauf kann man nämlich auch verzichten. Sie hat bestimmt auf alte Denkmuster verzichtet, die sie behindert haben. Oder sie wenigstens verändert, also quasi abgegradet. Sie hat darauf verzichtet, alles allein machen zu müssen. Sie hat verzichtet, blind durch ihr Leben zu laufen. Denn das machen wir ganz oft. Ich auch. Ich bin blind durch mein Leben gestolpert. Ich habe mich immer wieder auf fremdem Schlachtfelder ziehen lassen. Und dadurch habe ich eine Menge geblutet, an der Stelle von jemandem, der sich das dadurch gespart hat. Ich habe mich verbogen und gebrochen. Nur, damit ich lieb gehabt werde. Ich habe meine kindliche Strategie unbewusst zu 100% gelebt. Und am Ende war mein Leben voller Stress, Lieblosigkeit und in einer schlimmen inneren Leere. Und ich hatte oft zu viel Zeit. Ein oft unterschätztes Problem. Denn oft fangen wir an, wenn die Zeit nicht erfüllt ist, zu grübeln und uns zu kritisieren. Und ab und zu begegnen mir immer noch Menschen. Teils aus meiner Vergangenheit und teils neue, die überhaupt nicht verstehen wollen, dass ich mich nicht mehr einspannen lasse. Ja, ich muss mich da auch immer wieder meiner Angst stellen, dass man mich dann nicht mehr mag. Aber weißt du, auf diese Art des Mögens kann ich mittlerweile gut verzichten. Und ja, ich bin eben nicht eines Morgens aufgewacht und von der Sonne wachgeküsst worden und war danach sofort in der Lage, das zu tun. Ich habe lange Jahre mit Freunden, also echten Freunden, Therapeuten und Coaches daran gearbeitet. Eines habe ich in der Zeit gelernt. Damit ich wachse, darf ich meine Überlebensstrategie verändern, verbessern. Leben heißt Wachstum. Doch zu hoffen, dass mit einem Wachstumsschritt, also dass das alles getan ist, ist eine Selbsttäuschung. Als Coach kann ich dir sagen, dass es immer wieder Dinge gibt in dir, die du verbessern kannst. Allerdings nicht in der Form des Gedankens unserer Leistungsgesellschaft, sondern gezielt auf dich, deine Bedürfnisse, deinen Charakter und deine Träume ausgerichtet. Also sinnvoll. Viele Menschen machen das eben nicht. Ich bleibe heute mal bei materialistischen, nein, martialischen Beispielen. Viele Menschen, die schießen mit der Schrotflinte Persönlichkeitsentwicklung in den Wald und hoffen, dass sie irgendwo auf etwas treffen. Lass dir gesagt sein, das geht auch leichter. Lösungsorientierter, zeitsparender und nicht so investitionsintensiv. Wenn du in der Lage bist zu wissen, wohin dein Weg geht, wenn du deine Manipulationsknöpfe kennst und deinen Zugang zu deiner Intention hast, dann kannst du sehr kluge Entscheidungen fällen. Denn manchmal ist es ja auch sinnvoll für jemanden oder etwas einzustehen, was jetzt nicht so unser Ding ist. Doch sollten wir dort auch wissen, mit wie viel unserer Lebensressourcen wir uns einbringen wollen. Denn wir alle tragen schon unseren eigenen Rucksack mit uns herum. Heute möchte ich den Podcast mit einem Auszug aus dem Handbuch des Kriegerslichts von Paolo Coelho beenden. Und zwar Seite 116. Jeder Krieger weiß, was sich lohnt. Er baut bei seinen Entschlüssen auf die Inspiration und den Glauben. Dennoch begegnet er Menschen, die ihn auffordern, an Kämpfen teilzunehmen, die nicht seine sind. Oder auf Schauplätzen zu kämpfen, die er nicht kennt oder die ihn nicht interessieren. Sie möchten einen Krieger in Kämpfe hereinziehen, die für sie selber wichtig sind, aber nicht für ihn. Häufig sind es Menschen, die ihm nahestehen, die den Krieger lieben, seine Kraft vertrauen und auf seine Hilfe bauen, weil sie selber Angst haben. In solchen Augenblicken lächelt er und zeigt seine Liebe, lässt sich jedoch nicht darauf ein. Ein wahrer Krieger des Lichts wählt sein Schlachtfeld stets selbst. Werde du dein Krieger des Lichts und habe heute einen wundervoll klärenden Tag. Und ich sage, bis dann, der Jan.